was aber auch lang leider ja muss gucken kann keine ahnung nächste woche werde ich halt was anderes hatten ich hoffe dann natürlich early drops was habe ich schon bekommen und davor habe ich flecken und bekommen also flecken und erst mal bekommen danach noch mal russana das habe ich auch vor lange letzte woche oder so gekommen vorletzte woche letzte woche ich habe und fleckmann habe ich an den selben tag bekommen das war ich eine ziemlich coole woche weil ich habe fleckmann diese woche also auf dieser woche bekommen russana und lucia das waren drei drops in einer woche das war schon heftig sowas gibt es natürlich auch nicht immer so du kannst es still ja der plant sein gebotsaktiger wie ich jetzt auf facebook jetzt mit dürfen und welche nicht es wird alles geplant kommst rein so zack ohne kontrolle geht nichts los vertrauen ist gut kontrolle ist besser ich habe ich habe mich am start ich komme vorbei und rolle die kontrolle was los das ist los scheine luke ist back freunde zerstörung zerstörung das war's scheine luke is back letzter tag in der bsac challenge es ist vollbracht dings speed schick mal link wegen uhrzeit uhrzeit link schicken das war's das war's scheine luke ja nummer zwei erstes luke verkackt zweites luke ist da freunde was geht ab zweites luke ist da freunde oh mein gott werde ich jetzt verkacken oder werde ich jetzt fangen ich weiß es nicht fragen über fragen freunde fragen über fragen so okay guys und number one so das ist die uhrzeit ich hoffe mal das stimmt scheine luke nummer zwei freunde erstes video wie gesagt kann man sich reinziehen meine stimme schon okay cool da sind weitere zwei punkte freunde eskalation pur luke hat bock luke wollte kommt das war es einfach luke hat gesagt ich komme mit meinem freund was ist los mama platz so freunde ruhig ich muss jetzt fangen so ich muss ich fange es erstmal okay ich muss erst mal fangen ich habe kein bock jetzt dass es wird ich muss jetzt noch speichern jetzt noch speichern ich muss jetzt noch speichern und danach kann ich zeigen alles andere ist mir egal zweites luke ja nein so so das kann mir jetzt keiner wegnehmen guys das kann mir keiner wegnehmen das gute ding ist am start so 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 nochmal so zweimal lugia vor porygon freunde in der smaragd edition in der dritten generation vor der gbh week sogar freunde ich wollte es eigentlich mitte in die gbh week mitnehmen so dass ich jetzt da habe freunde muss ich nicht letzter tag scheine ist da freunde zwei punkte auf den nacken geist vier punkte insgesamt was los juhu guck dir dies mächtige wesen an alter ich gehe direkt dings kann man ja direkt habe ich flucht sei so das ist scheine hatten freunde das ist scheine hatten was kann ich nicht benutzen was ist das für die kackhöhle hier ich muss doch fluchtzeiten hier benutzen diga das ist eine special hühle wahrscheinlich kann hier kein fluchtzeiten nutzen ne warte mal ich muss zurück oder so hier zack nein ich bin mit oh junge ich muss wieder zurück so so ich hoffe mal ich habe nichts vergessen speed wenn ja bitte kurz im chat schreiben diga so ich muss erstmal das ganze labyrinth hier zurück zurücklaufen alter oh junge was geht ab so ach so hier links geht es zu äh hoho ne aber rechts zu lugia ne hier oben junge was geht ab hier alle wo ist ja das ende hier schon vergessen alter vor 120 jahren hier reingegangen so er diga oh nice gefunden so ja ja in den kampf will ich jetzt sowieso rein in den kampf so will ich sowieso rein deswegen gehe ich jetzt raus hier erstmal huh zweimal shiny lugia guys zweimal shiny lugia zum mitnehmen gerückt zurück ich habe heute noch gesagt freunde ich bekomme das lugia vorher als porygon und das ist auch passiert bevor ich lugia bekommen äh bevor ich porygon kriege habe ich jetzt lugia bekommen richtig nice wie gesagt für diejenigen die dieses rip shiny oben nicht gesehen haben einfach das letzte lugia video sich reinziehen oder ich werde es irgendwo in den kommentaren verlinken aber jetzt gehen wir erstmal hier rein auf geht's guys it's time für lugia lugia freunde auf geht's zeig mal ein bisschen präsenz lugia alter wat für ein brachiales teil freunde wat für ein brachiales teil wat für ein teil einfach riesig freunde riesig guck mal einmal mal setzchen alter einmal setzchen so mein freund ging daneben ich kann ich habe keine ahnung was dafür attacken hat der mute mal gucken vielleicht kriege ich jetzt noch mal gedacht okay das hat keine wirkung immer wenn punkt punkt ist ist das allerdings hat keine wirkung aber dass das so um rechts müsste ich gehen so zack 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 zack